Musik Die weltgrößte Veranstaltung der Golfindustrie fand dieses Jahr in Marrakesch, Marokko statt. Vom 14. bis 17. Oktober stand alles im Zeichen des Golfbusiness. 477 Aussteller präsentierten ihr Angebot in 382 Einkäufern und zahlreichen Journalisten aus aller Herren Länder. Namhafte Keynote-Speaker bei der Eröffnung und über die IACTO Awards konnten sich wieder zahlreiche Anbieter in unterschiedlichen Kategorien freuen. So zum Beispiel die Algarve als Golf-Destination des Jahres. Musik Hier noch einige Impressionen der Side-Events. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis 2020 in Wales. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020